Ja, ich bin Lois, Lois Sasek und ich durfte heute zum siebzehnten Mal mit euch, mit einem großen internationalen Team, diese ACK aufbauen. Wir haben sie zusammen geplant, wir haben sie zusammen zugerüstet in jedem Detail und gestern sah es so aus, schaut das mal schnell an, gestern Abend sah es so aus, heute früh 7 Uhr und noch mal ein Bild von 7 Uhr. Ich wollte nur sagen, hier sind Leute, ganze Gruppen, die gestern um 18 Uhr losgefahren sind, die ganze Nacht durchgefahren sind, um heute um 7 Uhr hier die Kabel zu verlegen und die Checks zu machen. Auch Familien, wir müssen uns hier bewusst sein, dass diese Veranstaltung über 20.000 Feierabende gekostet hat. Da geht es um Details wie, in welchem Winkel strahlt das Führungslicht auf die Bühne, damit es nicht diese ganze Rückprojektion kaputt ist. Wer nimmt da alles ein Besen mit, dass wir am Schluss dann wieder die Halle reinbekommen und wie kriegen wir 3.000 Leute satt? Das sind tausende von Details, wie es Papa gesagt hat, keine Rechnung mehr dazu geschrieben und ich will euch auch sagen, von der Organisation her, noch mal danke, das ist nicht selbstverständlich, überhaupt nicht selbstverständlich, dass das funktioniert und ich möchte auch sagen, es gibt nichts Schöneres, als mit solchen Menschen zusammen zu dienen, an den Feierabenden, an den Wochenenden und es ist aber auch ein Feeling, ich nenne es in meinem Lied, es ist ein Herzensbund der Friedenswelt, wie Papa gesagt hat, dieser bezauberne Duft des Friedens. Und es gibt nichts Schöneres, als mit diesen Menschen zusammen zu arbeiten, die auch Handschlag gegeben haben. Leute, du kannst auf mich zählen und dann können wir das hier organisieren. Ich werde aber in diesem Lied auch in unser Herz blicken lassen, dass es auch schwere Momente gibt, nämlich wo Leute sagen, so, jetzt ist mir genug, ich genieße jetzt mein Leben, tschüss, Lois. Und vielleicht habe ich ein paar Jahre investiert. Das sind alles Berufe, die Statik, dass es alles funktioniert und so weiter. Was ist, wenn so jemand einfach geht und sagt, tschüss, ich will jetzt mein Leben genießen. Versteht ihr, das sind auch sehr schwere Momente, wo auch das Boot zu schaukeln beginnt. Und das wollte ich auch in diesem Lied kurz zum Ausdruck bringen, wo ich auch sage, komm doch auch, hilf uns auch mit, wir können jeden gebrauchen, es ist ein Herzensbund der Friedenswelt. Seid ihr bereit? Das ist ein Herzensbund, das ist ein Herzensbund, das ist ein Herzensbund der Friedenswelt. Wo gehst du hin? Wir schlossen noch den Mund der Friedenswelt, um diese Schöpfung zu erlösen von dem Bösen. Jetzt gehst du weg, genießt das Leben ganz für dich allein und lässt die Welt im Regen stehen. Ich bleibe treu dem Mund der Friedenswelt, um all das Böse anzugehen. Und diese Schöpfung zu erlösen, hörst du den Streit aller Menschen, die leiden. So bleib nicht kalt, die Not ist groß, die Welt, sie braucht dich. Komm dazu, zum Herzensbund der Friedenswelt, denn die Schöpfung leidet und wir, wir erlösen sie. Die Schöpfung leidet und die Schöpfung leidet und wir, wir erlösen sie. Hier sind die Schöpfung leidet und die Schöpfung leidet und wir, wir erlösen sie. Wir sind die Schöpfung leidet und wir, wir erlösen sie. Untertitelung des ZDF, 2020